Hallo liebe Stadionfreunde und herzlich willkommen zu MNES TV. Ich bin gerade in Basinghausen und bin schon etwas zu spät. Ich mache mich auf den Weg zum öffentlichen Training der Türkei. Es wird ein ganz lockeres Video. Ich werde versuchen, vielleicht ein paar Unterschriften zu ergättern. Ich schaue mir das Ganze an und mal schauen, wie die Stimmung sein wird. So, wir haben es reingeschafft. conscien und bekämen Energie können. Paläke des Drittel antim wollen sie auf den Kutze gewinnenst watering! Türke! Türke! Das ist eine große Herausforderung. Das ist ein Schiff, ein Schiff, ein Schiff. Vielen Dank. Hakan! Hakan! Terim! Buraya bak lan! Nasıl çalıştın bu Terim? Hakan, Dizler! Dizler! Hakan, 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 Dizler! Hakan! 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 Mörd! 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 Ein 78 Mördens família Mörd! Akın Ağabey. Akın Ağabey. Akın Ağabey. Akın Ağabey. Konu kommen da Akın, Konu kommen. Jaakum, Formanay, wir sind jaakum. Jaakum, jaakum. Jaakum, jaakum. Verdi, 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 verdi. Verdi, verdi. Verdi, Fenerbahçe'yi bırakma, verdi. Bırak, bırak, verdi, bırak. Verdi, verdi. Ne, 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 ne So, es war auf jeden Fall eine richtig interessante Erfahrung, es hat leider nicht für eine Unterschrift oder ein Foto gereicht, aber egal, man hat die typische Nervenmannschaft einfach vor den Augen gehabt. Ich hoffe, der Blog hat euch gefallen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao.